Was ich gerade auf der Kunde vorführte, war, hast du, wenn ich achte, das war schon am Anfang an einem Spielstand, wo die ersten Musiker vermutlich auf Kuhwärm gespielt haben, wo wer je auf einen Kuhwärm gespielt hat und der gesagt hat, nein, aber du wirst ihn ja erfahren. Und im Juni darauf kommt er auf einer Probe zurück, da kann ich noch raus und gehe in mein Studio und dann fahre ich noch so einen anderen Film in der Kassette. Und du warst ja eine Bildung daraus, eins, zwei Bildungen aus dem neuen Nachrichtbuch, eine Bildung, die klären ungefähr so.